Guten Tag, hier ist Poffer Tombo. Das ist der 17.06.2021 und ich bin wieder im Hemshof unterwegs und habe natürlich wieder meine Flyer dabei und habe mir vorgenommen, heute in der Fremds-Tragenten-Straße etwas zu machen. Das ist also hier herum, Fremds-Tragenten-Straße und ich denke, ich werde mal auf der linken Seite beginnen und dann schauen wir mal. Haben Sie das Gute. See you.